Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch, ich bin's, der Tönchi und wir spielen heute ein bisschen was im Livestream. Ja, Livestream, Leute, wie jeden Samstag, 18 Uhr, ich hoffe, ihr merkt es euch endlich mal, endlich, hm? Ähm, spielen tun wir, ich hab keine Ahnung. Das ist das Beste, was man sagen kann. Ich hab wirklich nicht so richtig die Ahnung, was wir spielen. Ich hab, glaub ich, noch ein paar Steam-Spiele rumliegen, die ich noch nicht angespielt habe, da ein bisschen mal reingucken. Und dann das letzte Mal haben wir ja auch immer wieder, ähm, irgendwie Spiele gehabt, die wir noch spielen wollten, aber teilweise auch nicht geschafft haben und so. Und deswegen mal gucken, kriegt man aber schon hin, aber ich werde wahrscheinlich wieder, ähm, ja, mit dem Krimi und so ein bisschen was zusammenzocken. Da kriegt man schon was hin, da kriegt man schon was hin, Leute. Keine Angst, keine Angst. Äh, wir werden heute auch nochmal gerne das Auslosungstool nochmal testen, da wünsche ich, dass dann ganz viele mitmachen. Ähm, wir haben da ein bisschen rumgeschraubt und ich hoffe, endlich funktioniert es richtig, wie es funktionieren sollte. Okay, ansonsten mal gucken, der Rippefehl sollte wieder gehen, weil ich jetzt einen Rechner neu gemacht habe. Mal gucken, ob das geht. Wir werden es sehen. Also 18 Uhr auf Twitch, unten unter dem Video gibt es einen fetten Link zum draufklicken. Gut, dann sehen wir uns nachher. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.